Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, ist der Bullrun jetzt gestartet? Bitcoin dreht völlig am Rad. Wir sind bis auf 22.700 US-Dollar gestiegen. Wir haben trotzdem gestern einen Short geöffnet. Ich habe ja gestern noch ein paar Updates in der Telegram-Gruppe am Laufen gelassen. Momentan der Entry von unserem Short bei 22.000 US-Dollar, weil beide Orders abgeholt wurden. Das heißt, wir sind hier jetzt erst einmal im Minus. Wie wir jetzt da weiter vorgehen und ob wir möglicherweise jetzt schon im Bullrun drinnen sind, das erfahren wir im heutigen Video. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf regelmäßige Updates und sonstiges und was weiß ich was. Dann kommt gerne dazu. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 22.600 US-Dollar. Wir hatten ein impulsives Breakout. Wir haben unser vorheriges Hoch hier drüben bei den 21.500 US-Dollar mit Daily Close endlich durchbrochen. Darüber haben wir ja gesprochen. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, okay, es wäre wichtiger, eigentlich dieses Hoch hier drüber, sage ich mal, mit Daily Close zu durchbrechen, um wirklich ein bisschen fester die Hoffnung zu haben, dass wir aus dem Bärenmarkt draußen sind. Ja, auf jeden Fall unsere Short-Orders wurden getriggert. Ich habe ja gestern so bei 21.400 gesagt, okay, ich gehe schon mal leicht rein. Dann wurde die Hauptorder bei 21.650 US-Dollar getriggert. Die zweite Order war dann hier oben bei den 22.400. Das heißt, unser Entry liegt momentan bei 22.000 US-Dollar. So, dann ziehen wir jetzt mal das Risk hin. Momentan liegt mein Stop-Loss hier oben bei den 23.300. Wir haben ja gesagt, wir gehen das Ganze ein bisschen anders an dieses Mal, dass wir uns ein fixes Limit setzen, dessen wir bereit zu verlieren. Und danach ist jetzt auch im Endeffekt das Risk-Management bei knapp 6% angelangt. Eventuell werde ich nochmal eine Order irgendwie reinsetzen oder so, damit ich das Risk nochmal ein bisschen, sage ich mal, noch ein bisschen verkleiner. Aber momentan bin ich eigentlich zufrieden, denn wir haben zwar jetzt einen impulsiven Pump gesehen in das Wochenende. Das heißt, wir haben auch ein hohes CME-Grip natürlich gebildet. Dürfen wir natürlich nicht beachten. Und das Volumen war zwar auf dem 4-Stunden-Chart relativ groß. Wir blicken jetzt aber mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wie es dort aussieht. Weil da war es dann doch nicht mehr so groß. Um mal ganz ehrlich zu sein, das Volumen für den heutigen Tag war jetzt nicht so groß, wie das, sage ich mal, davor, wo wir jetzt unser Breakout gesehen haben. Also da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Ob das jetzt wirklich schon ein nachhaltiges Breakout ist, werden wir auf jeden Fall sehen. Wichtig wäre, wie gesagt, hier über dieses Hoch eigentlich drüber, über die 22.800. Und natürlich, damit es nachhaltig ist, brauchen wir auch ein höheres Hoch, ein höheres Tief. Und solange wir das nicht gesehen haben, und das ist weiterhin für mich hier dieser Bereich zwischen 18.000 und 19.000 US-Dollar, wenn wir das sehen, meines Erachtens nach, und wir uns hier stabilisieren und dann wieder ein höheres Hoch kriegen, dann ist für mich Bull Run auf jeden Fall möglich. Vorher bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch, deswegen auch weiterhin die Short-Position, die lasse ich auch laufen. Da ändere ich momentan jetzt erst einmal nichts, auch wenn wir hier jetzt erst einmal nach jetzigem Stand 2,7% im Minus sind. Das ist noch absolut alles human. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen zwei Entries, weil mit einem Entry ist das alles ein bisschen mir zu risky gewesen. Trotzdem, wir haben auf dem 4-Stunden-Chart eine Hidden Bearish, das heißt, wir haben tieferes High im RSI, höheres Hoch, aber im Chart, das müssen wir noch ein bisschen beachten. Und wenn wir jetzt doch noch mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe gehen, haben wir momentan, wenn der Daily-Close so jetzt enden würde, hätten wir eine Bearish Divergence. Das haben wir ja gesagt, okay, das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen mit einem höheren Hoch. Hoch, also momentan läuft meines Erachtens nach noch alles nach Plan. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass unsere Order hier oben nicht ausgelöscht wird. Die Ineffizienz hat auf jeden Fall Platz bis 23.160, das sehen wir hier drüben. Nicht nur auf dem Daily, sondern auch auf dem 4-Stunden-Chart. Das passt hier oben sehr, sehr gut. Wir haben die Liquidität über diesem Hoch hier drüben schon mal leicht angetestet. Das heißt, die Liquidität ist jetzt auch erstmal weg. Und wenn wir jetzt ein bisschen wieder in die Vergangenheit reingehen, sehen wir auch, okay, die Liquidität wurde abgeholt. Wir haben hier drüben eigentlich kaum noch Liquidität, die wir unbedingt holen müssen. Dieser Docht wurde damals hier oben geholt mit sehr, sehr wenig Volumen. Also das heißt, wir haben jetzt wirklich jedes Art von Short-Cluster hier oben abgeholt. Wir müssten jetzt wirklich alle Shorter hier oben rausliquidiert haben, die schon ewig ihre Position offen haben. Und das ist halt auch wieder so ein Zeichen, warum ich jetzt denke, okay, es geht auf jeden Fall nochmal runter. Wir brauchen dieses höhere Tief. Erst dann können wir uns auch wirklich sicher sein, okay, Bullrun ready und up to the moon. Nächstes Ziel wären nämlich dann auf jeden Fall hier oben die 25.000 US-Dollar. Und brechen wir die 25.000 US-Dollar, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sind die 30.000 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Das ist jetzt nicht mehr weit für uns, auch wenn ich davor immer gewarnt habe, noch ein bisschen nicht zu euphorisch zu werden. Ich bin auch immer noch der Meinung, wir brauchen dieses höhere Tief. Und das spricht hier für den 18.000, 19.000er Bereich, einfach um die ganzen Vektoren nochmal abzuholen, um nochmal ein bisschen ein Reset zu machen. Und dann können wir von mir aus Bullrun bis 30.000, 40.000 US-Dollar auf jeden Fall hochziehen. Aber vorher bin ich da immer noch ein bisschen skeptisch. Wir schauen mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, wie es da aussieht. Wir konsolidieren hier momentan ein bisschen. Also jetzt auch nichts wildes, Liquidität, die wir hier gebildet haben, wurde abgeholt. Die Liquidität hier drüben wurde abgeholt mit dem Short-Squeeze dann hier oben. Wie ist jetzt auf jeden Fall der weitere Fahrplan mit meiner Position? Wir blicken ganz kurz nochmal auf den Traders-Reality-Indikator, schauen uns das nochmal ganz kurz an. Da sehen wir, okay, wir haben hier ordentlich Stopping-Volume und sonstige Vector-Candles. Sollten wir in den Bereich hier unten in Richtung 21.600 US-Dollar gehen, wir haben jetzt ein Entry bei 22.000 US-Dollar, werde ich hier unten bei den 21.600 die Position einerseits Profite nehmen. Wir schauen uns ganz kurz mal an, wie viel das ungefähr wäre. Wir haben Entry von 22k, geben wir hier runter, werden das 1,5%. Das heißt für mich, Take-Profit 1, Position zu, damit wir, also was heißt Position zu, Stop-Loss-Entry, damit wir hier null Risiko mehr haben. Und darum geht es jetzt meines Erachtens nach. Wir haben jetzt eine Risky-Position. Wir haben hier wieder eine schöne Stopping-Volume-Candle. Das Volumen geht raus, wir haben Wochenende. Es würde gut passen. Deswegen werden wir bei 21.600 Take-Profit 1 machen. Wir werden die Position auf Stop-Loss-Entry ziehen und dann werden wir weiterschauen. Ob das jetzt nur wirklich ein korrektives Hoch hier, sage ich jetzt einfach mal wahr, mit dem niedrigeren Volumen, was wir jetzt eigentlich hier drüben schon die ganze Zeit hatten, werden wir dann sehen. Aber ich möchte hier das Risiko klein halten. Deswegen hatten wir eben diese zwei Entries, die eigentlich perfekt abgeholt wurden, um, sage ich mal, unseren Entry deutlich nach oben hinzusetzen. Das ist jetzt erstmal der Fahrplan. Darauf warten wir, kriegen wir jetzt hier ein kleines Doppeltop rein, holen uns den Vektor hier unten zwischen 21.600, 21.400 oder 21.500. Wäre das erste Ziel, das antesten, Take-Profit 1, nehmen 25% raus, Stop-Loss-Entry und dann beurteilen wir die Situation neu. Wir werden aber noch keine Long-Position aufmachen, vor allem nicht am Wochenende, aufgrund eben dieser ganzen Vektoren und dieser ganzen Voids, die wir hier noch haben. Also Vorsicht, weiterhin an erster Stelle nur, ich möchte den Short dann so früh wie möglich Profite einfach rausziehen. Gut, das war es zu Bitcoin. Wir gehen rüber zu Ethereum, denn auch da haben wir Short abgeholt. Ich habe euch ja gesagt, dafür machen wir nochmal den Traders Reality Indicator kurz aus, dass es wichtig ist, dass wir uns dieses Hoch hier oben holen bei den 1.647 US-Dollar. Ich glaube, ich habe gestern 1.644, das war falsch. Da war ich nicht ganz, glaube ich, bei der Spur. Aufgrund eben dieses Wix, was wir bei Bybit hatten. Den haben wir geholt und jetzt guckt euch mal die Charts an, die sind ziemlich akkurat. Wir hatten hier das Top bei 1.678 und wir hatten hier das Top bei 1.678. Das heißt, die Börsen haben sich wieder eins zu eins abgeglichen. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen hier nicht Short. Das Risiko war einfach nicht da. Die Chance war einfach nicht da, meines Erachtens nach, und das Risiko zu hoch. So, den Fahrplan hatten wir. Das heißt, auch hier wurde meine Short Order jetzt abgeholt. Und ich habe hier ganz ehrlich noch keinen Stop-Loss, weil ich jetzt erstmal das Wochenende abwarten will. Aber der Stop-Loss muss auf jeden Fall über dieser Ineffizienz hier drüben liegen, wenn nicht sogar hier oben bei den 1.701. Wir schauen uns auch hier mal das Risk Management an. Von den 1.701 wären es 3%. Das ist absolut im Rahmen für ein Setup. Deswegen habe ich auch gesagt, 1.647 Entry, die wurde perfekt abgeholt. Klar, wir sind dann ein bisschen unter Wasser gekommen, aber trotzdem Stop-Loss nicht ausgelöst. Also das ist schon mal gut momentan, wie das läuft. Wir blicken ganz kurz auf das Volumen. Und da sehen wir schon, okay, 1-Stunden-Shot, viel, viel weniger. Also nicht dieser Impuls, den wir bei Bitcoin hatten. Das deutet für mich eher auf ganze Short-Liquidation hin. Die jetzt hier durch diesen Bybit-Scam-Wig, den wir da hatten, der wurde gefüllt. Und jetzt warten wir auch hier erstmal ab. Wir haben kaum noch Volumen, sage ich jetzt mal. Die Volumen wurden abgeholt. Deswegen, Rücksetzer, warten wir jetzt mal hier in dem Bereich der 1.609. Und das wäre auch so der erste Take-Profit, würde ich sagen. Wir ziehen mal ganz kurz von unserem Entry, die 1.647. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Wären das 2,2 Prozent so in dem Bereich der 1.600, 1.620. Also diesen Bereich, wenn wir den hitten, irgendwo in dieser Zone, würde ich sagen, Take-Profit 1, Stop-Loss Entry. Und dann ist das Ding für uns durch. Wenn es dann runter ballert, ist uns das egal. Wenn es nach oben ballert, ist es uns auch egal. Weil wir haben dann unseren Short erfolgreich geschlossen. Und darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass wir hier so schnell wie möglich rausgehen. Wir brauchen hier auch Level, wo wir Profite nehmen. Und das passt, finde ich, ganz gut momentan. Also Glückwunsch, wer das vielleicht auch mitgenommen hat. Ich habe ja gestern in der Telegram-Gruppe, schauen wir uns mal ganz kurz an, habe ich ja auch hier nochmal ETA-Ziel. Gut, das stimmt nicht. 1.644 waren 1.647. Dann haben wir noch die ganzen Updates. Also kommt da gerne rein, wenn euch das interessiert. Und natürlich auch in die Talk-Gruppe auch gerne. Gut, so viel war es jetzt eigentlich mal zu Bitcoin und Ethereum. Ein bisschen längeres Update geworden. Aber es gab natürlich auch vieles zu erzählen durch diesen Pump. Aber auch hier bin ich einfach der Meinung, wir blicken ganz kurz auf den Daily-Time-Frame auch mal, um uns mal diese ganze Gesamtstruktur anzugucken. Hier haben wir noch kein höheres Hochgebilde. Da müssten wir eigentlich diese 1.678 rausnehmen mit Daily-Close. Das heißt, wir haben unterschiedliche Strukturen. Bitcoin, könnten wir sagen, hat schon ein höheres Hoch. Ethereum hat es eben noch nicht. Also hier ist weiterhin Vorsicht geboten. Wir ziehen jetzt mal unser FIP-Level nochmal komplett neu. Vom jetzigen Stand aus, um das mal so anzublicken, da wäre weiterhin das Ziel hier unten, die 1.400. Es würde ein höheres Tief bedeuten. Wir hätten das Golden Pocket gesetzt, wir hätten die ganzen Ineffizienzen. Also auch hier ist es noch nicht raus, dass wir im Bullenmarkt sind. Also ganz, ganz große Warnung. Wir haben zwar teilweise schon ein höheres Hoch, aber uns fehlt dieses höhere Tief einfach. Und darauf kommt es meines Erachtens nach an. Vorher brauchen wir uns noch keine Gedanken gemacht. Aber sollten wir dieses höhere Tief gehen, werde ich vielleicht sogar nochmal ein bisschen Bitcoin nachkaufen, weil wir dann auf Weekly-Sicht, auf Daily-Sicht alles dafür bereit haben, dass wir nach oben ballern könnten. Gut, und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Und natürlich, wie ist eure Meinung? Denkt ihr, wir sind jetzt im Bullrun? Sind wir angekommen im Bullrun? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Schreibt es in die Kommentare rein, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Bis dahin oder bis später zum Wochenausblick. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.